Das ist ein sehr schönes Hadith, was der Bruder sagt. Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, wisst ihr, wer sozusagen bankrott ist am letzten Tag? Der hat gar nicht Pleite. Der Amt sagt, derjenige, der pleite gegangen ist, der hat kein Geld und der hat kein Haus und der hat keine Gegenstände sozusagen zu Hause. Der Prophet sagt nein. Derjenige, der bankrott ist, ist derjenige, der am letzten Tag kommt. Der hat gute Taten begangen, aber der hat den beschimpft, der hat dem anderen Unrecht getan, der hat hinter dem Rücken von den anderen schlecht gesprochen, der hat die Rechte von den anderen weggenommen, dann hat er keine Hassanat mehr, keine guten Taten mehr und die Leute werden von seinen Hassanat nehmen und er wird von ihren schlechten Taten nehmen, dann geht er in die Hölle. Das stimmt. Das bedeutet, barakallahu fikum, gutes Benehmen ist sozusagen wie die Hälfte der Religion. Sehr schön. Möge Allah subhanahu alaihi wa sallam zwei Häuser in Jannah geben. Aber gibst du eins? Allah au alam, du gibst mir nichts. Also wenn man in Jannah geht, dann fragt man nicht mehr nach uns. Amin. Barakallahu fikum, der sagt, derjenige, der guten Charakter hat, bekommt ein Haus im Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat bei Allah geschworen. Der hat gesagt, derjenige, der guten Charakter hat, bekommt ein Haus in Jannah. Das stimmt. Barakallahu fikum. Der Bruder erzählt eine schöne Geschichte. Aisha wa sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, ma kana khuluqu nabi sallallahu alaihi wa sallam, qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Wie war das Benehmen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Der hat gesagt, sein Benehmen war der Quran. Sein Benehmen war der Quran. Eine Frage an euch, barakallahu fikum. Ja? Ist unser Benehmen heute der Quran? Hm. Wer sagt, sein Benehmen ist wie im Quran, der hebt die Hand. Bei mir, ich mach so. Wer ist? Alhamdulillah, rabbil alamin. Damit war, barakallahu fikum, wissen, wie weit wir noch sind. Aber inshallah, mit guten Taten und mit, sozusagen, mit Lernen und inshallah, barakallahu fikum, dass man versucht, das Herz erstmal zu reinigen und sowas, dann wird man viel, biiznihi ta'ala, barakallahu fikum schaffen. Das bedeutet, barakallahu fikum, die Leute, die das Richtige, auf dem richtigen Weg sind, sind Leute, die erstmal richtige Aqida haben, richtigen Glauben haben. Die nehmen den ganzen Islam als Komplex, die rufen zum, zum Tauhid und sie benehmen sich nach dem Islam und sie tun gute Taten, barakallahu fikum. Diese Gruppe, barakallahu fikum, die hat Eigenschaften. Die Leute, die zum richtigen Weg oder auf dem richtigen Weg sind, die haben, diese Gruppe hat eine Eigenschaft oder ein paar Eigenschaften. Der Prophet sagte doch, 73 Gruppierungen, zwei, 70 in die Hölle, eine. Der hat gesagt, wer, der hat gesagt, diejenigen, die wie ich und meine Gefährten den Islam praktizieren, die Leute, die zusammenkommen, auf dem richtigen Weg. Aber die Frage ist, gibt es Eigenschaften? Das bedeutet, damit du weißt, wer sind diese Leute? Das ist normal, dass die guten Leute das gute gebieten, das schlechte verbieten. Ich will beweisen. Die erste, barakallahu fikum, Eigenschaft ist, barakallahu fikum, diese Gruppe, die ist von Zeit vom Propheten Mohammed, und die bleibt bis zum letzten Tag. Das bedeutet, sie ist kontinuierlich. Diese Gruppe ist, ist barakallahu fikum, die hat diese Eigenschaft, Kontinuität. Sie sind von Zeit von unserem Propheten Mohammed, bis zum letzten Tag bleiben sie. Das heißt, aufpassen, liebe Brüder, aufpassen jetzt. Das heißt, diese Gruppe hat keinen Gründer, nicht wie die anderen Gruppierungen oder Parteien, zum Beispiel, Tabliq al-Kandahlawi, Ikhwan Muslimin al-Banna, Tahrir al-Nabhani, Takfir al-Khawarij, die haben das zu sein, aber die siegreiche Gruppe ist vom Propheten, sallallahu alaihi, und von anderen Propheten. Das ist der Weg bis zum letzten Tag. Erstens, erste Eigenschaft. Deshalb jetzt weißt du, auf welchem Weg du sein willst. Wenn du weißt, diese Gruppe wurde von einem Menschen gegründet, dann will ich nicht dabei sein. Ich will von der Gruppe sein, die von den Propheten verkündigt worden ist. Und das ist nur dieser Weg. Zweitens, diese Leute kommen zusammen auf dem Weg des Tauhides und auf dem richtigen Weg von Sahaba. Und wenn sie die Leute auch verlassen, wegen Religion und nicht wegen Geld und nicht wegen Interessen in diesem Leben. Drittens, Barakallahu fikum, diese Gruppe, die ist sozusagen in Bereichen des ganzen Islam. Nicht Barakallahu fikum in einem Bereich. Zum Beispiel Da'u tablir, was machen die? Nur diese Sache, Choruj, 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 die haben uns Schmerzen gemacht. Wir haben Kopfschmerzen. Die anderen, nur, der ist kein Moslem, der ist kein Moslem, der ist kein Moslem, der ist kein Moslem. Und diese Barakallahu fikum, diese Leute, die, wenn uns etwas Schlechtes passiert, dann sagen wir nicht von den anderen, sondern wir sagen erst mal durch unsere Hände angenommen. Eine Person nimmt Drogen, die kann nicht sagen, ja, wegen der anderen, weil meine Frau mich verlassen hat, deshalb nehme ich Drogen. Oder weil meine Freundin mich verlassen hat und dann weiht er in der Nacht und der schläft nicht. Möge Allah uns bewahren. Sondern du hast das mit deinen Händen getan, du hast Drogen genommen, du hast Alkohol genommen, du hast das gemacht. Sag nicht die anderen. Wenn die anderen dir sagen, springe von oben, von einem Gebäude, wirst du das machen? Sag ich, sie sind verrückt. Dann wieso nimmst du Drogen und Alkohol? Wenn jemand, wenn jemand Sina begeht, Unzucht macht, dann sagt er nicht die Leute, sondern in deinem Buch steht, im Koran steht, das ist Haram, das ist verboten und die Leute wissen, dass das schlecht ist. Deshalb, wenn es uns etwas widerfährt, dann erst mal durch unsere Taten. Und die Lage der Mosleine heute auf der ganzen Welt ist auch durch unsere Taten. Weil, wenn wir die Religion nicht gelernt haben und wenn wir das Gute nicht gemacht haben, dann werden wir es nicht schaffen. Dazu, Barakallahu Fikum, die Lage der Ummah wird sich nicht ändern, wenn wir uns einzeln nicht ändern. wenn du dich nicht änderst zum Guten, dann werden wir auch nicht zum Guten, dann wird die Lage auch nicht zum Guten geändert. Aber fängt bei dir an und ändere dich, dann wird auch die Ummah sich ändern. Du sagst, ja schau mal die Leute, die halten sich nicht an der Regel, aber frag dich erst mal, hältst du dich an die Regel? Schau mal die Leute, was sie machen und was sie tun und so, machst du das erst mal? Deshalb, sehr wichtig, Barakallahu Fikum, nicht wie die Leute, nicht wie die Leute, die immer, der sagt, ja, diese Führer und diese Führer und diese Führer, ich bin kein Rechtsanwalt für die Führer, aber diese Führer und diese Führer, aber was machst du? Gehst du zum Gebet früh? Verrichtest du das Gebet in Gemeinschaft? Liest du den Koran? Bittest du Allah richtig? Bittest du Allah richtig an? Aber die Sünden, die wir nicht kennen, die sind sehr viel. Ein Gelehrter sagte, wenn die Sünden Geruch hätten, wenn die Sünden Geruch hätten, dann werden wir nebeneinander nicht mehr sitzen, weil wir stinken werden durch unsere Sünden, Barakallahu Fikum. Deshalb aufpassen, willst du auf dem richtigen Weg sein? Dann ist das der richtige Weg. Allah hat uns das erklärt, der Prophet Mohammed hat uns das erklärt. Natürlich diese, sage ich jetzt, große Titel, könnte man sehr lang erklären, aber die drei Tage sind fast vorbei. Deshalb Barakallahu Fikum ein bisschen Geduld zeigen. In den letzten, wir haben nicht viel, noch zwölf, dreizehn Stunden, dann inshallah werden wir uns verabschieden und inshallah, wir werden, das wird eine Erinnerung sein, aber ich hoffe, dass wir uns, dass wir etwas mitnehmen, dass wir jetzt wissen, auf welchem Weg wir sein sollen und von wem wir nehmen müssen und wie wir in diesem Leben agieren müssen, Barakallahu Fikum, damit wir den richtigen Weg haben. Barakallahu Fikum, jazakum la khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, Das ist falsch, dass man so aufsteht, bevor wir zu Ende gekommen sind.